Ein Zimmer, ja bitte. Jetzt wird Klavier gespielt und nach Teenie-Schlüppern geforscht. Teenie-Schlüpper haben wir ja schon, das hat ja funktioniert. Ich brauch nochmal... Oh, ich hab's nämlich wieder vergessen, wie der Code war. Ja, ähm, Final Fantasy 7, tiefer Klavier. Er ist hier. Ja, da ist es. Also müssen wir jetzt nochmal Klavier spielen. Aber das ist merkwürdig. Warum sieht die Stadt aus wie immer? Obwohl sie vor Jahren abgebrannt ist. Das verstehe ich halt nicht. Er hat eine Tätowierung mit der Nummer 12. Hm, er hat etwas... Elixir, kannst du hören? Die Stimme von Seyphi... Was? Okay, die Viecher sind auch merkwürdig. Hübsche Stadt, oder? Wir sind hier schon lange im Geschäft. Du lügst. Hast du was mit der Stadt zu tun? Außer hier geboren und aufgewachsen zu sein? Ich war hier, bis ich 14 war. Und an dich kann ich mich nicht erinnern. Lügen ist schlimm. Hübsche. Lügen ist schluggeräusch. Thei wird vom Flumin. Hübsche. Hübsche. Was ist es though. Wir haben ihn die Leute im Geschäft. Wir haben sie schon mal eingeh司et. Oh second. soon. Nee, hier gehe ich noch nicht rein. Ich gehe erstmal in Tiefers Haus. Dieser Typ hat die Nummer 5. Er hat die Tätowierung 11. Turbo-Ether. Widervereinigung. Okay, das ist mega creepy. Ach da. Ich habe schon gedacht, die lösen sich jetzt in Luft auf oder was? Was machen die denn alle hier? Tätowierung Nummer 4. Platin-Force. Wo bist du? Großer Seafeder. Okay, Teenie-Schlüpper kann ich nicht finden. Aber ich kann mich genau erinnern, dass ich damals Klavier gespielt habe. Aber warum brannte es nicht nieder? Klar. Also, wie ging das nochmal? Ich habe diese Melodie schon einmal gehört. Früher habe ich sie gut gespielt. Hä? Das ist doch die richtige Melodie. Aber das ist doch die richtige Melodie. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich frage mich, was das ist. Tiefas heimliche Ersparnisse. Ein Gil fiel von der Tastin. Ich habe diese Melodie schon einmal gehört. Früher habe ich sie gut gespielt. Und nur, jetzt haben wir... Wir haben jetzt ein Gil bekommen. Alles ist das doch nicht. Ach, fuck. Nochmal. Ach, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Komm. Also er hat immer irgendwas dazu gesagt, aber... Hm. Mir scheint, ich habe was verpasst. Wir sind gerade in unserer Heimatstadt, aber irgendwie kennt uns keiner mehr und unsere Heimatstadt ist auch nicht abgefackelt. So, wie es eigentlich in dem Flashback war. Und hier rennen überall so komische Leute mit Kapuzen rum und Tätowierungen. Die da. Die irgendwas von Wiedervereinigung mit Sephiroth labern. Was ist? Ich möchte deine Geschichte hören. Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr in diesem Haus gewohnt. Nein, aber die Stadt wurde niedergebrannt. Bist du krank? Solche Dinge zu sagen. Verschwinde! Irgendwas passt hier auf jeden Fall nicht. Es passt nicht. Wieder. Wieder. Woh. Irgendwas ist hier ganz merkwürdig. Irgendwas ist hier super merkwürdig. Der große Sephiroth ist nach. In der Villa. Ah, der große Sephiroth. Wow, er ruft. Sephiroth. Er ruft. Also, es passt nicht zusammen. Wir hatten in dem Flashback gesehen, dass Sephiroth die komplette Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, indem er sie komplett hat in Flammen aufgehen lassen. Das Ding ist, es ist halt so, als wäre nie was gewesen. Und Cloud kennt keine einzige Person, die hier lebt. Ich muss alle loswerden, die meiner Forschung im Weg stehen. Sogar den von den Turks. Ich habe ihn wissenschaftlich verändert und im Keller schlafen gelegt. Wenn du ihn finden willst, durchsuche das Gebiet. Aber das ist nur ein Siegel, das ich mir überlegt habe. Du musst nicht mitmachen, wenn du nicht willst. Scheinbar ist da noch ein Brief. Dreh die Skala am Safe vorsichtig, aber schnell. Du hast 20 Sekunden. Du kannst beim Drehen nicht an den Zahlen vorbei. Die vier Tipps für die Zahlen sind... Der Deckel der Kiste mit den meisten Sauerstoff. Kann ich mir die anderen auch noch angucken? Der Deckel mit der Kiste mit den meisten Sauerstoff. Hinter schwarz und weiß ohne Himmel. What? Das Knarren im Boden beim Stuhl in der zweiten Etage. Dann fünf Schritte nach links. Neun Schritte hoch, zwei Schritte nach links und sechs Schritte hoch. Da stand doch auch was von vier Tipps. Das sind nur drei. Ist das jetzt wieder sowas, was ich mir aufschreiben sollte? Ich habe das Gefühl, dass... Hier habe ich mir auch komplett eine ganze Seite aufgeschrieben. Sieht man das überhaupt da? Eine ganze Seite. Und wofür habe ich es gebraucht? Gar nicht. Weil ich am Ende eh geraten habe. Deckel der Kiste mit meisterm Sauerstoff. Oh, dass er immer alles nochmal lesen muss. Hinter schwarz und weiß ohne Himmel. Knarren am Boden beim Stuhl. Zweite Etage. Zweite Surgie. Dann fünf Schritte nach links. Neun Schritte hoch. Zwei Schritte nach links. Und sechs Schritte hoch. Okay. 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 Ich traue dem Brat nicht. Safe trotzdem öffnen. Misslungen. Warte mal. Okay. Also. Safe trotzdem öffnen. Wir haben 36. 10. Fuck. Ah, ich krieg's nicht hin. 36. 10. 59. 97. So musst du dann direkt am Weg, also wenn du rechts drückst und auf 37 landest, hast du Pech gehabt. Hm. Okay. Also, wir haben 36 rechts. 10 links. 59 rechts. Boah, 20 Sekunden ist echt nicht viel. 36. 10. 59. 50證 97. Schneller! 1 StS 21 60 20 20 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Gucken, ob das geht Obwohl ich es jetzt einmal verkackt habe Nein! Ich bin zu nervös Eeeh! Ich bin zu nervös